Ich grüße euch Leute und zwar gibt es wieder ein neues Infovideo und zwar habe ich ein Problem mit meinem Computer und zwar ist meine Grafikkarte kaputt Und das heißt folgendes, ich zeige es euch am besten mal wie mein Computer gerade aufgerüstet ist Hier momentan ist keine leistungsfähige Grafikkarte drin, was für mein Let's Plays ausreicht Und das heißt für Shogun 2 und für Team Fortress 2 folgendes, ich kann keine Parts mehr produzieren für das erste, bis ich mir eine neue besorgt hatte Und deswegen muss ich dieses Let's Plays oder beide Let's Plays in dem Fall leider pausieren Zu der neuen Grafikkarte, ich habe mir folgendes vorgenommen und zwar möchte ich mir diese hier besorgen Kostet 250 Euro und momentan habe ich leider das Problem, dass ich das Geld leider hierfür nicht habe Ja, ich kriege pro Monat im Durchschnitt 50 Euro und ja, bis ich das dann so laut rechnerisch hätte, müsste ich dann 5 Monate warten Bis ich diese Grafikkarte hätte Ja, und vielleicht kriege ich es auch ein bisschen früher, vielleicht kriege ich ja ein bisschen Geld noch zusammen irgendwie Aber für nächste Zeit wird es demnächst keine Let's Plays oder Spielaufnahmen geben, die eine Grafikkarte erfordern Übrigens habe ich auch festgestellt, dass in letzter Zeit auch mein Mikrofon langsam den Geist aufgibt Auch wenn es erst gerade mal ein oder zwei Jahre, ja ein Jahr sogar erst alt ist Manchmal spackt auch der USB und ja, bei mir geht alles sozusagen langsam kaputt Ja, ich wollte euch nur darüber informieren, warum kein Shugun 2 und kein neuer Team Fortress 2 Part mehr kommt Ja, in dem Sinne, wir sehen uns dann in einem anderen Infovideo dann vielleicht mal darüber wieder Oder im Let's Play dann ganz normal wieder Also bis dann, ich wünsche euch einen schönen Tag Macht's gut, euer NKP Ciao